Die kann man ja gut verkaufen Warte mal, kann man die andere auch noch verkaufen? Die... Und... Die da... Es ist die da, die da, die da, oder die da, oder die da, die da, die da, die da, oder die da Obwohl, wieviel sind die Geröskern aus so einem Wert? Sind ja jetzt beide voll gepeppt Ja? 21, 100, und 100... Uhhh, ne, ist mir zu wenig 100 ist nüchtern Fast nur ein Stimmbäck Hm Hm Äh, ja, Belohnung? Und so Danke, dass Sie mich dort rausgeholt haben Danke für die Rettung Ja Also nochmal rein Besser als gegen die Legion zu kämpfen Besser als gegen die Legion zu kämpfen Hallo, das ist eine Legion, das heißt Legion, hallo? Toll, ich krieg keine Belohnung Mann, das ist ne Kacke Das ist New Vegas alles Freeside New Vegas und sowas Wir dürfen jetzt die Straße lang gehen, dann sind wir fast auf New Vegas, ja Also, los geht's Wann ist das Müllers los, ja? Hm, naja Hört ihr's auch? Ja Jetzt ist es gerade gar nicht aufgefallen Jetzt ist es gerade gar nicht aufgefallen Das ist weg Ah, wer bist du denn? Sind Sie auch hier um Ihren Respekt zu erweisen? Äh, tschüss 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 On this spot in the year 2277 Rangers and soldiers of New California Republic turned back? Aye, hallo Oh, kommst du hin? Ja Einfach ganz gemütlich vor mich hingeräumt Sieht aus, als würde ich es wohl doch noch nach New Vegas schaffen Äh, hast du gesehen, was da drin passiert ist? Ja, ist wohl eine Sache zwischen Ihnen und dem Lackaffen Machen Sie sich um den keine Sorgen Er ist mehr Kau als Eu Verstehen Sie? Mhm, mhm Okay Ist dir Benni über den Weg gelaufen? Den Lackaffen? Nein Keine Spur von ihm seit der Balkerei in Goodsprings Hat sich sicher in den weichen Schoß von New Vegas verzogen Schön, dich wiederzusehen, Viktor, ja Aber langsam wird das etwas brennlich Die Leute fangen schon an zu reden Oh Gott Ja, auf Wiedersehen Besuchen Sie mich, wenn Sie nach New Vegas kommen Die erste Runde geht auf mich Korrupte Der rollt jetzt nach New Vegas, den könnten wir jetzt rein theoretisch folgen Wir sind zwar etwas langsamer wie er, aber Wir könnten ihm theoretisch folgen Ich hab das Gefühl irgendwas Auf dahinteren selber oder so Naja Hat sich zumindest gerade so angehört Ich glaub dem Weg den er geht, der ist doch der gefährlichste Haha Ah, da war mit der gefährlichste Ah, da war mit der gefährlichste Warum lagst du jetzt bei mir sowas? Gibt's doch nicht, ey Warum lagst du jetzt bei mir sowas? Gibt's doch nicht, ey Ist denn die Gegend zu offen oder was? Er spielt Zug Tschüke 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 tschüü Ha 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 Ist ja herrlich, ey decrezion Zunke, gibt's in dieser postapokalyptischen Welt keine Fahrzeuge mehr, ey. Yeah. Okay, er geht mit dem Rücksenweg anscheinend, doch. Hab ich mich doch geirrt. Geh niemals abseits der Straßen, sondern du kommst an viele Monster ran, öh. Wo denn? Nein. Ja. Jetzt gleich ist Fick der weg und wir müssen nicht weiter, äh ja, gehen wir doch. Oh, Hallöchen. Heilige Kacke. Die kennen wir doch noch vom Anfang. Ja. Nun habe ich davon noch keine abgeschossen. Die sind heftig. In Gefangenschaft sind die noch lange so heftig wie in Freiheit, ey. Hört sich real an. Ey, du wirst nirgst mal weg da hin. Blöd. Blöd. Wichter ist weg. Die Trickser. Krass. Er hat es echt geschafft, sich zu verpissen, ey. Na egal. Wir müssen jetzt eh gekämpfen, von daher. Das ist seltener. Anschleichend. Freund oder Feind? Die Trickser. Die Trickser. Die Trickser, oder wie du heißt. Ich hab den denn den Korken gesteuert, ist doch nicht mehr gut. Wow. Äh. Besser, als jetzt die Waffe stehen, so ist der Hand. Pup. ha 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 mein Zihi ach guck mal RK-Soldaten toll meine Maus Maus funktioniert bloß wieder, naja so geht doch jetzt kommt gut bei einer Ballerei, du hinkst ja fest, äh ja wie schieße ich jetzt, äh, mhm, klar ich glaub meine Maus hat ein Kabel gebrochen oder sowas, ey hab ich schon ein zweitmal in WoW genervt mhm ah, ist die Schwebebahn von Dingens gewesen, glaub ich mal, also von Vegas weiss nicht, hat das momentane Vegas eine Schwebebahn? weil dann, das ist nämlich dann die alte davon, weil das ist ja quasi Las Vegas glaub ich und das haben sie aufgebaut zu New Vegas genau so wie das alte York damals zu New York aufgebaut wurde oder? war das so? könnt mir nur so vorstellen und dann sollte es New York heißen oh, die Brücke hier hier aber dann ist er nochmal rüber ähm, ja ich glaub ich werd mich auch wieder mit den Dingens Kingstar anlegen ey, warum läuft das Radio jetzt schon wieder nicht, das gibt's doch nicht ey Willkommen zum Programmier spricht Mr. New Vegas Ich hoffe, da der Zug alt sei und Ersatzteile kaum zu bekommen. Und noch eine Story für Sie.